Herzlich Willkommen hier zu Overwatch 2. Warum geht das hier so schnell? Stellt euer Team zusammen, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, wir sind hier. Es war ein Jahr über 6 Jahre undercover. Sie hatte das mit den Karten irgendwann so gut drauf, dass sie bei Overwatch ausgestiegen ist und nur noch gezockt hat. Klaff Klaff. Klaff Klaff. Es steht ein Kampf bevor. Macht euch bereit. Formiert euch hier. Sanitäter. Ich trage meine Last so gut ich kann. Warum haben wir denn die Unterschichtung dabei? Ach wir sind ja vier Unterschichtung. Es gibt ja nur noch ein Spieler, der mit uns spielt. Das ist nicht gut. 2, 3, 2, 3 ... Oh nein. Ich bin direkt bei hier. Ich habe aber, ich habe den tries, aber ich habe spawnen. Oh du hast eigentlichи ich Sama! Ich habe also keinen Charakter ihnen in. Nein, ich hab früher mal einen langen Ich hab noch die Fahrstückchen Oh, hier von rechts, hinter uns Boah, der ist hier ganz schön stark Warte Ah, der ist da rot Melde mich zu links Ich bin hier um zu helfen Warte Ich bin hier um zu helfen Oh, oben rechts, oben rechts Ich bin tot Ich bin tot Gar nichts tut Ja Der Lucio ist so leicht zu spielen Einfach immer Schaden Ballern Und rum Wie ist die letzte Stellung Nimm nochmal einen mit Skill Auf und Down Keiner weg Ah, da sind die Fieder Jetzt sind die Fieder Okay, wir haben unser Maximum am Rand heraus Ich bin tot Ich bin tot Und da lege ich meinen Heidchen her Wo sind die 트럭 Oben, die Schaf'n schon rum, rechts Oh, die holt mich, ich dachte, du holt mich hier kann man nie weiter ja, was ist noch gelosch ich hab gerade zufällig gesehen, wie du vom Rantabest gesprungen bist boah, boah, boah ich habe eine belissinische Passage ich kümmere mich dahin wir sind nicht mehr raus hier ja, geht doch nicht ja, wie gut bin, nicht gut, aber nicht gut, nicht gut wir sind in der Unterstrahl, Vorsicht ich muss einfach nur rumhüpfen ein bisschen und ziehen sie nicht das ist doch nicht das ist doch nicht das ist doch richtig das ist doch richtig Bobby, weg da vom Bildschirm vom Bildschirm vom Bildschirm hey, Bobby, dein Ernst komm mal runter da Bobby ist sein vierjähriger Sohn oh bin direkt bei dir da kommt ihr alle ich bin auch das kommt nicht so wieder los ja, aber was kommt da kommt jemand heilung oh heilung oh heilung oh der der schlaft euch der schlaft euch der schlaft euch der schlaft euch nach 16 Sekunden wir entschicken Achtung! Oh, nein. Ach, da gibt's... Gesunder Geist, gesunder Körper. Noch 30 Sekunden. Komm, ranne nicht drauf. Die Männer, kommt immer. Entschuldigung. Wir müssen sie vernichten. Wir müssen sie vernichten. Wir müssen sie schließen, damit wir nicht in der Hand gehen. Wir müssen noch mal die Rolle an die Fracht machen. Ja, das sind nur noch 5 Leute rund, statt 6 Kompetenzen. Wir müssen sie schließen. Ich habe die Himmels hier. Das ist klar. Wir müssen uns verabschieden. Neuer Tänkheld, Ramata. Ramata. Wow, was ist das jetzt hier? Ist das hier Donnergott? Ja, ich weiß auch nicht mehr, welcher Charakter ist er. Das ist ja irgendein Skin, weil der taucht ja auf. Was ist die Perle? Ankunft in King's Row. Keine Sorgen, ich bin direkt hinter dir. Es ist nur aus der Welt geworden. Es muss sich was ändern. Ich habe aus meinen Erfahrungen viel gelernt. Systeme optimieren. Schießend schon, ne? Wir verstehen uns. Runter von meinem Rasen. 5, 4, 3, 2, 1, die andere beginnt. Kontakt geht's hier. Nicht throw them. Ich pflicht dich zusammen. Ich pflicht dich zusammen. Oh was? Names, wir stehen jetzt, wie vor mir. Dieses so viel passiert. Was ist denn Warm staat? Ach so scheiße hinter mir kommen auf einmal 2. Also kommen die denn? das geht ja ja ich sollte rückte auch auf uns alleine Ich kann nicht flicken, aber ich kann nicht flicken. Ich kann nicht flicken. Ich kann nicht flicken. Ich kann nicht flicken. Guck mal, wir spielen, wie viele Kills die haben. Wir haben ein, ein, zwei. Ein, zwei, eins, zwei. Boah, ist doch ein Schauspieler. Spür die reißende Kraft. Vor allem, wir laufen uns immer auch vor die Linse und dann sitzen unsere Schlüssel mit dem Schlüssel. Die lassen sie gar nicht raus, obwohl die einen sehr weiten Weg zu laufen haben. Das ist sehr feinlich. Ey, wenn wir das nicht hochladen, spiele ich das nicht. Ich hab drei kills. Sauber. Sauber, Paco ist an fire. Ich bin am Zielpunkt. Komm rüber. Wir müssen nicht weit laufen, wenn wir hinzukommen. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, da sind wir schon. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Bitte uns. Was tut? Geist. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Oh, der UM-Sohn, Alter. Ich laufe genau in seine Scheiße. Boah, wir haben es gerade noch so geschossen. Jawoll, jetzt sind wir drin. Ich bin zur Unterstützung hier. Jetzt geht es ab. Und so mehr wird deren Färzen schon... Wir machen jetzt super mehr Schaffer, Paco. Ja. Vielleicht bist du wieder Glück für den. Wir machen jetzt mal so... Da hat die Zähler Kiff erlischt. Hier draußen sind alle auf dich allein gestellt. Hier draußen sind alle auf dich allein gestellt. Ich lieg dich zusammen. Ich lieg dich zusammen. Ja, jemand ist kill, bitte. Ach, was ist das? Oh, ist das? Heilstrahl verbunden. Meine Fähigkeiten werden noch gebraucht. Warum steht die Fracht nicht? Warum ist keiner eine Fracht? Ulti ist aufgeladen. Was hat der Nanzo? Oh nein, ich bin vor Blut gelaufen. Das ist schlecht. F***. Oh, das war jetzt schon bei mir. Oh, ja, 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 ja. Oh, Mann. Ey, dieser Ripper. Ripper aber nie. Ich war ja bei dir. Du hast ja nur so lange überlebt wegen mir. Ich muss wieder auf deinen Posten. Seine Brustung sei Dank. Ey, der Gabriela ist gar nichts mehr. Gabriela ist... Ja. Die Flicks nicht zusammen. Jetzt spielen die wieder ihre Stärke aus. Schönheitsw Michalow und wenige Kills haben wir gelassen? 15, 12, 16, 20, 19... Ich habe vor Angebot mit der Foto... ミalow und wenn sie die Foto arbeiten willst... Und dann haben sie maled tortiert. 90, 12... tunnel... Das ist nicht der 7mal россий, Sie haben kommer. Das sch Rap aus dem 7mal... Stai Rumpf mit der Ball oder die Foto Adventures. Ja, ist schön, dass du Zeit hast zum Zählen. Wir haben 4.000, Alter. Wir haben 5.000 mehr. Kass, Anso, Down. Noch einen Down. Kass, Down, eine Kraft. Rika, komm. Rika, alle Down. An die Kraft, an die Kraft. Die Kraft, an die Kraft, an die Kraft. Kass, in Verband, in Verband. An die Kraft! An die Kraft! Von hinten, von hinten, von hinten! Die, die, die... ich habe noch ein so 50 kills mehr fickt euch nicht euer ernst nicht 1 63 davor da waren die kollegen komm 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 bleib mal bei mir ihr müsst dann eh warten komm 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 ab Du solltest dich behandeln lassen. Ich bin verunterstückt von mir. Wir sind in der Untertrahlung. Vorsicht. Im Kelsjahr. Kommt jetzt, Männer. Du kriegst so viele Treffer, es ist ganz schön schwierig dich am Leben zu halten. Ja, ich bin auch eine große Hand. Ich brauch noch paar Sekunden, paar Sekunden, warte kurz. Oh nein, ich bin down. Na, ich bin down. Ich hab ihn down, ich hab zwei Dolce down. Ja. Schade. Ja, aber die haben auch verdient gewonnen. Ja klar, aber trotzdem. 50 mehr Kills und so. Wir hatten eine Chance mit den Ultis und so. Ich hätte von vornherein den Linkspelstchen nehmen sollen. Mit denen hab ich am Ende, wenn Kübi an mir dran gehangen hab, richtig gut. Der blitziger cordialstaff. Er ist ziemlich termικierig. Ja. Wie measurele? Ja. Ihr könnt das nicht für'n Arsch! Du bist für'n Arsch! Ich hab Hunger, aber ich hab keine Lust mehr, jetzt so ein Großartiges zu machen. Packen wir mal Pizza! Keine Sorte! Ich bin lieber Pinten! Ich hätte jetzt gerne einen Esswindel. Darf ich Taki mal fliegen? Ich bin super vorsichtig! Kaltfleisch. Hast du nicht meinen ganzen Jen gecruncht? Ich hab' mich korrigiert. Der erste war besser. Jetzt werden die neue Kleber. Wer nervt dich schon wieder, ey? Ich! 5, 4, 3, 2, 1, Runde 1. Nehmen sie den Zielpunkt ein. Boah, das ist das Level! Ah, da wo wir letztes Mal 20 Sekunden überlebt haben. Ja! Will den Punkt? Oh, wenn man nicht Kompass... Wenn man nicht Kompass... Wenn man nicht Kompass... Guck's nicht! Boah! Einer Zünd! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Abgehen! Abgehen! oben das hier das ding danke hat schon einer weggemacht gegner hier ist so ein ding pacco erzählt was von pizza und hunger und sie ist direkt im kühlschrank hier ist doch so ding macht das mal weg ja er steht hier rum und macht einfach nichts ja das geht nicht wirklich aufgeräumt das ist dein zuhause dem fall und sie kommen wir weg von der raumstation jetzt kommen wir hin das ist gut dass du überall kämpfst du nur nicht auf dem punkt das geht schon keine fähigkeiten werden noch gebraucht ich fliege dich zusammen hier wuchs ich zu hinter uns oh hier ist ganz viel scheiß ich meine du in real life bist bei dir bruder bei dir ich sollte schnell zurück wir sind zu wenige passt auf achso Mike war von mir weg komm mal ich komme gerne von hinten die secret komm mal mach dich unter ich weiß wie er sind zutzt die karakter komm ich mein kauf angenommen hinter drum Ich hab einen Daumen. Ich hab einen Daumen. Wir sind in der Unterzahl. Wir haben verloren. Wir sind in der Unterzahl. Wir haben verloren. Wir haben verloren? Wir haben verloren? Warum haben wir verloren? Seit wann hatten wir denn den Punkt wieder? Hä? Wir haben die ganze Zeit den Punkt. Deswegen haben wir doch 99. Als ich gerade geschossen bin, war der Punkt auf dem... Wow. Noch weg. Was geht? Danke, dass du hier hast. Das war wie sehr ruhig war, ne? Du hast meine volle Unterstützung. Kein Abschluss. Komm mit sofort. Boah. Nee, schicke machen. Ich hoffe, bock mal ein bisschen was machen. Helft sie. Meine Fähigkeiten werden noch gebraucht. Die... zu heiß. Die kämpfe gern. 115? Ich hab noch verloren. Ja, aber das war ja ein Fehler von dir am Anfang. Ja, die Map ist scheiße. Wir sind scheiße. Guck mal, wer in den Match beigetreten ist. So gut, ne? Passt da draußen aufeinander auf. Wollen wir erfolgreich sein, müssen wir in Harmonie danach streben. 5, 4, 3, 2, 1, Runde 2. Nehmen sie den Zielpunkt ein. Bin direkt bei dir. Ja. 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 Ich bin so herrig. Ich bin so herrig. Der Zielpunkt ist jetzt aktiv. Ich muss wieder auf meinen Posten. die wissen genau was wir machen müssen da man hat nämlich das machen wir das ding hier oben an der wand weg den an der wand wo 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 genau? er ist weg ach man solltest dich verhandeln lassen wir sind noch nicht fertig Gegner hat sich irgend Ninja 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 ist das die mit der Kugel die macht sich immer unsichtbar und dann fortet die sich immer weg bevor sie tot ist dann macht sie sich wieder unsichtbar das ist so richtig wie so ein Blaubob-Charakter weißt du? hey 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 Mann ich erlebte die wahren Realität hey da kommt noch irgendwas Verrücktes der tot ich bin tot ich bin tot ich bin mit Ultis reinsteckern eigentlich finde ich den Vorteil jetzt müssen die gleich mit Ultis reinsteckern und den Punkt reinsteckern 92 gleich kommt Pop das müssen wir sprechen zusammenbleiben 82 gleich kommt Pop und sie ready ich bin zur Unterstützung hier ja komm rein komm rein komm rein Boah von hinten auf dem Dach ist ein Kniper Alter wie du oben gefallen bist der Männer kommt hier ran wo seid ihr? auf dem Dach bei jemanden guck mal da schießt man da oben sich die Lücke fast einen Hund ja die haben eine geile Position Verstärkung am Zielpunkt benötigt nehm noch jemand mit mir ein hier nehm sie kommen da hier an der Wand scheiß Ding er wird aus dem Universum geschossen alter Manni wird so aus dem Universum geschossen was soll denn ich will nichts machen alter ich will mich einfach weggeschmittele kann hol sie ist mit ich unglaublich lebt da noch einer? schade keine Chance kriegen sie keine Chance Spiel zu gut. Spiel zu gut. Die wissen, was sie machen müssen, wann sie es machen müssen. Overwatch ist immer wieder nett, dass wir es versuchen. Wir sind zu schlecht. Wir sind eindeutig zu schlecht dafür. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß. Aber wenn ihr daran Spaß hattet, dann habt ihr auch an Peitschen und BDSM und sowas Spaß. Das war ein Schmerz. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.